Deine Leine Leine, komisch nicht selber. Jawoll! Sehr schön! So, jetzt machen wir das nochmal bitte. Sitzen. Große Distanz, starke Hilfe, wie ins Karibik. Es macht mir richtig Spaß, dass du jetzt alles machst, was ich so sage. Ich versuche, dass die Leine nicht hängen bleibt. Ich versuche, dass ich die Leine nicht hängen. Ich versuche, dass ich die Leine nicht hängen. Ich versuche, dass ich die Leine nicht hängen. Ach so, okay. Also wenn ich die Leine nicht hängen habe, dann wird es. Und jetzt sind wir hier wieder. Viel Hilfe! Ja, macht er doch! Super! Mach frei! Super, jetzt ist er wach. Er hat, der war verschlungen. Und bitte sitzen lassen. Sitzen lassen. So, jetzt machen wir noch eins. Distanz. Distanz bitte wieder verringern. Und noch...